Oh, die Papierzeit! Tschüss! Ja, tschau! Ferrari! Ferrari! Oh, erstmal voll auf den Ferrari gesprungen! Pssst! Jetzt kommt wieder das Stadtbundtod, man! Verpisst er sich halt wieder! Die Bulle, die macht hier so Breakdance-mäßig, ja geil! Die fliegen, die fliegen! Die beide, bei mir leckt das so derbe, ja! Bei mir leckt das so derbe! Die fliegen dir hinterher, die fahren nicht mehr, die fliegen! Aber das ist ja Zukunftschicago, das können die ja hier! Ja, das kennen die halt! Das ist angepasst alles! Realismusfaktor! Realismusfaktor, ja, das ist ja schon wichtig, dass man das mit einberechnet! Ja, sollte man tun! Wenn nicht, dann ist man ein schlechter Spielentwickler! Genau, ja! Ich finde es immer so cool, diese Spiegelung in den Fenstern, die so gar keinen Sinn machen! Die so wirklich... Also, wenn es deine Person nicht spiegelt, okay, aber die hätten wenigstens die Straße und die gegenüberliegende Straßenseite spiegeln sollen! Dann stehst du vor dem Fenster, ja! Und da ist zum Beispiel so ein Highway drauf, ja! Und du schaust auf die andere Seite, das ist ein Haus! Das ist einfach so ein Haus! Die Spiegelung im Fenster ist ein Highway, auf der anderen Seite ein Haus! Ja, komm, ne! Ich meine, hallo! Warum nicht? Es ist Zukunft, hallo! Es ist Zukunft, ja! Richtig! Da geht's... Boah, fuck! Nein, ich bin tot! Die Polizei hat mich überfahren! Es liegt einfach so flach wie ein Brett auf dem Boot! Kommt einfach um die Ecke gefasst! Das blöde Arschloch! Ey, ey, ey! Du kennst mich nicht! Ich kenn dich gut genug! Okay, das wird reichen! Okay, erstmal auf der Karte markieren, wo bist du denn da? Du kannst mich übrigens auf der Karte markieren! Ja, ist schön! Ich seh dich auch so! Ja, ich wollte halt nur... Nicht, dass du dann heißt, uh, du spielst unfair! Du spielst unfair! Ne Cheater! Che... Cheater! Oh, fuck! Fuck, er hat mich sogar noch leicht erwischt! Echt? Ja, ganz leicht! Nein! Jawohl! Nein! Legst du dir so, oder? BAMS! Ja, Alter! Geht! Mir passiert sogar nichts! Boah! Boah, was ist das? Ich bin nur bitt! Ich bin nicht mehr auf dem Kopf! Ich kann gerne füllen! Du bist dain! Mann, von rein! Boah! Verdammte Scheiße! Boah! Mal lassen wir aus der Schlafstraße... wenn ich doch tot bin, ich darf nicht sterben und um sie zu einer wunderschönen Waldstraße landen oder so ok, klar ah, du bist tot ja, wenn der Schluch fällt, dann Headshot läuft ja, stand auch da ok, ich markiere einen Punkt dann kommst du zu mir dann nehmen wir uns einen LKW hier gab's doch, wo war denn noch mal Wald? Wald ist ganz oben links, siehst du dieses Gebiet? ach ja, genau das ist so ein Gebiet unterteilt ganz oben links ist alles voll Wald und so ok Max, du möchtest dann kurz auf der Karte markieren und zu mir stoßen zu dir stoßen, alles klar kann ich machen sehr schön, sehr schön du sollst ja echt so für dich mitten auf der Keute als wäre du kannst doch quasi nicht verfehlen ich kann mich nicht verfehlen, meinst du? boah jetzt bist du so eine fette Frau richtig fette Frau ich bin jetzt der Nabi, ja? rechts 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 ja, schon wieder rechts ich sag, das ist alles so wie in Dresden hier ja du fährst doch nicht ach so, die nächste wieder rechts also jetzt da muss die Dresden schon ein bisschen beleidigen das gehört dazu ja, das ist schon wichtig die Kamera ist echt scheiße aus das ist scheiße, Alter das ist netzig kack und ich hab keine Ahnung man kann's glaube ich in YouTube stellen ich weiß, ich hab mir extra einen Punkt schon markiert ja, das ist nicht scheiße wollte der Nabi sein ok, das ist fremdgehend das ist ja klar, ja? dann ist sie alleine ja das ist was wir zu zocken was wir zu zocken können irgendwas äh, Bielefeld 4 Bielefeld 4 ja, das könnten wir machen nummer schön was ist denn Bielefeld 4? Bielefeld 4 ja, Bielefeld 4 was ist nochmal Bielefeld 4? ja, das ist dort im Ruhrgebiet und so im Ruhrgebiet und so im Ruhrgebiet da musst du da musst du hit wir treffen uns alle im Ruhrgebiet wir spielen hier dann zusammen und jetzt noch nachts warm und dann so ein romantisches so ein romantisches so ein romantisches alles klar dann breiten wir unsere Picknit-Decke aus im verbeulten Wagen ja, und dann kommt jetzt ne Sache ja immer dann stoßen wir einen dann davor die haben wir schon ziemlich geil, Monika ja, ja ja, ja die haben spätverständlich gar nichts und der kommt sich halt gerade ja warte, 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 warte hier ist... oh, ein Smote, lass uns im Moten ok lass uns im Smote was sollst du reinparken? das ist wichtig ja, du, fuck me, du fuck ok ich fahr weiter BMW ich fahr BMW, jungen ich fahr BMW, jungen so ich hab keine Arme und bei der Friff kommt gleich noch die wachsen dir noch ja die wachsen nach die wachsen nach ja, das ist wichtig ich fahr ich fahr gut nicht so wie du, Kilian, bei Battlefield ich fliege, hallo ja, fliegen gegart... ey, guck mal', ich immer ein Looping oh, oH, tot man kann sich aber auch anstellen man kann sich aber auch anstellen ja, richtig echt So war das. Wo führst du mich hin? Wo führst du mich hin? Wo führst du meine Hand hin? Was tust du da? Was macht deine Hand da auf meinem Brot? Muss ich das jetzt in den Numbers nehmen? Wenn du weiterfahren willst, ja. Okay. Ich kann nicht. Doch, kann ich. Doch. Ja, dann bleib halt da im Wald. Toll, ich hab jetzt einfach mal Standbild. Einfach mal Standbild. Ich flieg gerade. Oh, schön. Ich spiel schon. Wo musst du jetzt hin? Alter, wo fährst du ganz hin? Zur Stadt da. Das ist so ne Kleinstadt. Oh, sheesh. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen hier. Ich muss mir ein Auto anhalten. Mit ner Waffe. Nein. Aber nur mit ner Gold ein bisschen. Nein, wie ich halt einfach mal niemanden töte. Oh, ich komm mit nem Boot. Du kommst mit nem Boot? Okay. Alles klar, dann warte ich hier. Ja, hier ist nur grad kein Boot. Hier ist nur grad kein Boot. Ich komm mit nem Boot, nur... Hier ist halt keins. Du, da kommt das um die Ecke. Nein, es braucht davon, es braucht da. Da kommt doch halt ein Schnellboot. Da kommt ein Schnellboot. Da kommt ein Schnellboot. Nein, du gehst... Der fährt halt einfach mal gegen die Felsen. Wie so ein... Wie so ein Jan. Bleib doch stehen! Nein! Boah, ich war drauf und ist weitergefunden, wenn er mich runtergefahren. Oh. Hm. Das Leben stinkt echt. Armer Aiden Pierce. Du meinst voll das gerne Handy, ja? Unendlicher Akku. Wasserdicht. Kann hacken. Hätt ich auch gern das Handy. Ne. Besonders das mit dem Hacken finde ich gut. Das ist ein atomarer Akku oder so. Ja, natürlich. Oh, das steht ein Schnellboot. Es steht. Es ist ja prünftig los, wenn ich da bin. Komm mal her. Zu mir in die Stadt. Ins Dorf. Ich mein ins Dorf. Das hier... Das hier... Das hier... Das hier... Das hier... Das hier... Das sind für Kings und so. Okay. Ich will gleich mal die Golden D50 raus, um zu zeigen, mir was es ist. Genau. Wuuu. Oh, es regnet. Fresh. Komm an... Komm an den Pier, mein Freund. Scheiße. Ah, da... Da unten bist du ja. Okay. Ich komm mal rüber. Da ist er ja mit seinem Billigboot. Wat? Wuuu. 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 Hast du das gesehen? Hast du die Rolle grad gesehen? Du bist ein fatter Kerl. Mit Mut. Mit Mut. Junge. Ja, du bist ne fette Frau mit Mut. Von daher. Ne, du bist auch ne Frau. Ih, das sind die Brüste. Ih, das sind die Brüste. Das ist gar nicht der Bauch. Wuuu. Wuuu. Und der ist hübsch. Guck mal, achte mal bitte auf das Pferd da vorne. Warte mal ganz, 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 warte mal ganz was. Ja. Auf das Pferd. Auf das Pferd. Ich zeig halt einfach mal, gerade hier am PC. Ich zeig einfach mal auf das Pferd, gerade. Guck auf das Pferd. So. Siehst du das? Ich sehe überhaupt gar kein Pferd. Bist du behindert? Ja. Da! Ah, da rechts. Okay. Es bewegt sich jetzt. Ja. Es bewegt sich jetzt. Schau mal, schau mal die Gitarre da an. Schau mal. Ach, die Gitarre? Schau mal. Lauf mal zurück. Welche Gitarre? Da drüben, da wo ich hinschaue. Wo schaust du denn? Gerade, gerade. Du drehst dich. Du drehst dich. Ach hier. Ja. Oh nein. Okay. Ich gehe jetzt in den Salon. Ich mache jetzt ein Vlog. Komm mal bitte, stell ich mir bitte vor die Kamera hier. Wir machen ein Vlog. Okay, wir machen Vlog. Ich nehme das hier hin. Ich gucke mich in die Kamera. Oh, ich komme von allen Seiten. Sie kommen von allen Seiten. Nee, du stehst fast. Stell neben mich. Du bist unbedingt... Also ich sage mal, was du bist. Ja, laut dem... Ähm... Face... Anomitig Ding, ja? Ja, naja. Ja, naja. Ehrenamtliche Rettungsschumerin. Bis 44 Jahre alt. Beruf Bibliothekarin und dein Einkommen ist nur 30.500 Euro, Dollar, Dollar, Dollar. Du bist Scientologin, Alter 27, Beruf, Thron-Technikerin. Und ein Einkommen, 47, 2 Euro. Ja, aber ich mache das ja auch jetzt nur noch als Hobby. So, okay. Ich habe meine Medien schon auf dem Konto. Achso, achso, okay. Irgendwann im Leben muss man anerkennen, dass man das dann nur noch als Hobby hat. Ja, fick dich! Ich vermisse dich doch! Nein, wir halten da hinten. Schau dir mal, siehst du das Fass im Boot bei mir? Das Fass im Boot? Ja, bei mir ist ein Fass im Boot. Siehst du das? Das ist aber schön. Kann das explodieren? Schau mal, schau mal bei mir. Siehst du das? Das Fass. Ja, oh, nice. Wie flink du bist, Junge, was ist da los? Ich ziehe das Fass hinter mir her. Und jetzt geht es wieder ins Boot rein. Und jetzt, stell es an, wieder außerhalb des Bootes das Fass. Verpiss dich doch. Wieso töte ich niemanden? Du spielst scheiße. Nee, ich spiel nicht scheiße. Nee, ich spiel nicht scheiße. Hör auf. Die sterben halt einfach nicht. Ich ballasse die ganze Zeit drauf. Die sterben halt einfach nicht. Die sagen Cheater, ne? Ich bin wahrscheinlich auf 300 Meter entfernt mit der Farmer, so oder so. Nee. Wie er halt sein Boot ruhig in die Hand.